Kapitel 3 Pauls Traum von der weiten Welt Jedes Mal, wenn der Zug an Pauls Fenster vor Bayer ausste, träumte der kleine Junge davon, eines Tages selbst Lokführer zu sein. In seiner lebhaften Fantasie stellte er sich vor, wie er am Steuer einer mächtigen Lokomotive sitzt, den Hebel zieht und den Dampf in die Luft steigen lässt. Paul träumte nicht nur davon, ein Lokführer zu sein, sondern auch davon, alle seine Freunde mitzunehmen. Er dachte an lustige Abenteuer, die sie zusammen erleben könnten, sie könnten durch tiefe Wälder fahren, über hohe Berge klettern und durch weite Ebenen rasen. Sie könnten exotische Orte besuchen, die er in seinen Kinderbüchern gesehen hatte, von sonnigen Stränden bis zu verschneiten Landschaften. In seiner Vorstellung würde Pauls Zug nie anhalten. Jeden Tag würde ein neues Abenteuer auf sie warten. Er würde für seine Freunde der beste Lokführer sein, ihnen die schönsten Orte zeigen und sicherstellen, dass jeder Spaß hat. Wenn sie müde wären, könnten sie in den gemütlichen Waggons schlafen und von ihren nächsten Abenteuern träumen. Manchmal, wenn Paul mit seinen Spielzeugeisenbahnen spielte, stellte er sich vor, wie er und seine Freunde gemeinsam auf Reisen gingen. Er benannte die kleinen Figuren nach seinen Freunden und ließ sie in den Zügen Platz nehmen. Er erzählte ihnen Geschichten von den wunderbaren Orten, die sie besuchen würden, und den spannenden Abenteuern, die sie erleben würden. Für Paul war das Fahren eines Zuges nicht nur ein Job, es war eine Mission. Eine Mission, die Welt zu entdecken, Spaß zu haben und seine Lieben sicher von einem Ort zum anderen zu bringen. Und obwohl er noch sehr jung war, war seine Vorstellungskraft grenzenlos und seine Träume waren groß.